Ja, hallo liebe Leute, Raver-DJs, äh, DJ-Fans. Habt ihr es nicht bekommen? Alter, ich denke mir, Alter, bin ich verwirrt, bin ich in anderer Welt? So gedacht, Habeck will Bundeskanzler werden. Nein, Alter, das ist, ähm, das kann man nicht sagen, ey. Das ist schlimmer, wie Hitler war. Also, und das ohne Krieg. Alter, ich hab grad gedacht, Alter, hab ich da richtig gehört, Habeck will Kanzler werden, Scholz will noch darüber sprechen, Neuwahlen. Und AfD-Sensation, neuer Rekord an Stimmen, Bundestagswahlen. Ja, Alter, Alter, Alter. Ich hab echt gedacht, ey, wenn Habeck Bundeskanzler wird, dann sind wir in spätestens zwei Jahren Vietnam. Wo wir hier 50 Cent pro Stunde verdienen werden. Ja, keine Scheiße. Okay, ich, was wollte ich machen? Ja, ich geh jetzt schlafen, gut gegessen. Raver-DJ, Musik, mach ich erstmal nix. Die 28 Suchmaschinen sind bald fertig. Ich koste halt jährlich, so stufenweise ein paar Summen. Gibt's keine Fakes, dass man halt 80 Prozent verliert an Fakes. Das gibt's bei Dongy nicht. Okay, gut. Dann hört euch die Songs an, wenn's euch gefällt, aber es nehmen wir bei. Und ähm... Und sonst, Peace, Raver-DJ. Und Alter, ich hab gedacht, ich spinne. Habeck will Bundeskanzler werden. Okay, Leute. Ciao, Raver-DJ. шегоher. Okay, wir machen wir, bis heute schon ein paar Jahre. Ich bin dein Name.